Warten sie mal. Hier, gucken sie mal, ob ich die Kretze hab. Ihr seid auf halb 1? Ja. Können sie mal nen Rucksack abnehmen? Oh, muss ich mich beeilen, das ist an mir, glaub ich, voll. Oh! Pack, stürzt ab, pack, stürzt ab! Aua! Was war das denn? Was war das denn? Richtig gut! Oh, geil. Was waren wir jetzt? Der Pack startet und stürzt ab, der Pack ist heute schon so oft abgestürzt. Geil! Ist mit dem Heckrotor an so nem lichtnasten hängen geblieben. Ne, der Mainrotor war weg. Und dann fiel er runter. Super.